Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wurzlumsonntag. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte mich heute in diesem Wurzlumsonntag nur eigentlich um ein Thema kümmern und das ist das Gutachten, das in Auftrag gegeben wurde, dass die Rechtmäßigkeit von Artikel 13 aka Artikel 17 der Urheberrechtsrichtlinie, also der Uploadfilterartikel untersucht. Ich möchte mit euch die Hauptergebnisse der Studie anschauen. Bevor ich das mache, will ich aber noch zwei, drei Worte zu Thüringen sagen. Ihr wisst, in Thüringen hat sich der AfD-Kandidat Kemmerich mit Stimmen der AfD und der CDU zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Die FDP und die CDU streiten seitdem munter, innerhalb parteilich, ob das der richtige Weg war, wer jetzt eigentlich schuld ist, die FDP sagt die CDU und andersrum. Es geht alles kreuz und quer. Da ich dieses Video am Freitag aufnehmen muss, aus zeitlichen Gründen, will ich gar nichts zur aktuellen Lage sagen, weil sich das bis Sonntag, bis ich das Video veröffentliche, halt ständig weiterentwickeln kann. Und das wäre in dieser Situation, finde ich, nicht richtig. Bis heute oder bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, geht irgendwie alles kreuz und quer. Die junge Union, also die jungen Menschen innerhalb der CDU, fordern, dass man eine Expertenregierung jetzt einsetzt, was irgendwie Quatsch ist. Ramelow hat angedeutet, dass er vielleicht nochmal kandidieren würde. Kemmerich hat seinen Rücktritt eingeräumt. Lindner und Kemmerich haben irgendwie klargemacht, dass sie die Situation vorher durchdacht haben und besprochen haben. Ich verstehe bis heute nicht, warum Kemmerich die Wahl angenommen hat. Sein Argument, er wollte eine Regierung der Mitte bilden, ist einfach nicht schlüssig, denn er hat sich schließlich mit Stimmen der AfD wählen lassen. Und auch als er seinen Rücktritt angekündigt hat, hat er links und rechts wieder gleichgesetzt. Und das ist vor dem Hintergrund der Mordserie des LSU, vor dem Mord an Lübcke, vor dem Terroranschlag in München, aber auch vor dem Terroranschlag in Halle, allesamt durch rechte Täter und auch eine Täterin begangen, einfach, einfach, einfach eine unfassbare Falschbehauptung links und rechts an dieser Stelle gleichzusetzen. Gerade Ramelow, der ja jetzt schon Ministerpräsident war, seit Jahren und nicht in Thüringen irgendwie die sozialistische Revolution ausgerufen hat. Was, also insofern ist das völlig absurd, links und rechts gleichzusetzen. Damit haben sich FDP und auch CDU in eine, ja, in eine Sackgasse manövriert. Ihnen bleiben eigentlich kaum noch Regierungsoptionen. Und das Ergebnis ist dann diese schändliche Zusammenarbeit mit der AfD. Jetzt habe ich doch mehr gesagt, als ich wollte. Dazu habe ich schon ein Video aufgenommen, direkt als es bekannt geworden ist. Ich verlinke euch das Video nochmal, packe es aber auch in die Videobeschreibung. Schaut gerne mal rein, da erzähle ich direkt am Tag sozusagen, was mir einfällt, was ich denke, sehr emotional, aber sehr ehrlich an der Stelle. Und lasst vielleicht gerne auch bei dem Video einen Like oder einen Kommentar da, weil dieses Video durch den YouTube-Algorithmus doch eher unter AfD-Videos angezeigt wird. Und dementsprechend unappetitlich sind auch die Kommentare darunter. Ich komme mit dem Löschen schon gar nicht mehr hinterher. Ich habe hier nochmal zwei eingeblendet. Das sind schon eher die harmlosesten. Jetzt aber zum wirklichen Thema dieses Videos, nämlich zur Frage, was ist eigentlich mit den Upload-Filtern. Viele von euch haben mich gebeten, dazu auch ein Update zu machen. Und das werde ich jetzt tun. Dafür vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für meine Videos, nehme ich mir meinen Spickzettel zur Hand, weil ich sozusagen von 1 bis 8 die verschiedenen Feststellungen dieses Gutachtens zur Rechtmäßigkeit von Artikel 13, a.k.a. Artikel 17, a.k.a. der M-Upload-Filter-Artikel durchgehen möchte. Die gesamte Studie über 70 Seiten verlinke ich euch natürlich, damit ihr euch sie selber anschauen könnt. Ich gehe einfach mit euch jetzt mal die Zusammenfassung durch. Die erste Feststellung, die getroffen wird, ist, dass Artikel 17, die Plattformbetreiber verpflichtet, Lizenzen für die Verwendung von Werken einzuholen und falls ihnen das nicht gelingt, dass sie dann verpflichtet sind, die Inhalte zu kontrollieren. Soweit, so klar. Also das, falls ihr euch erinnert, YouTube muss eine Lizenz für ein verwendetes Video anzeigen. Haben sie das nicht, können sie das nicht für alle Werke haben, müssen sie halt vorher scannen, ob ein nicht lizenziertes Werk auftaucht oder nicht. Das ist, glaube ich, klar. Dann zweite Feststellung und die ist wichtig. Die Pflicht zur Lizenzeinholung führt zu einer allgemeinen, proaktiven Kontrolle aller Inhalte auf einer Plattform. Und das ist eben das, wovor ich, wovor Julia Reda, wovor Bürgerrechtsorganisationen, wovor Wissenschaftler, wovor der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte gewarnt hat, dass alle Inhalte vorher proaktiv untersucht werden müssen, weil man ja rausfinden muss, wofür es eine Lizenz gibt und wofür es keine Lizenz gibt. Und das ist so gefährlich, weil die automatischen Filter im Zweifel dann mehr blocken, als eigentlich möglich ist, weil die Plattform jetzt ja haftbar ist. Also, die ersten beiden Feststellungen sind schon sehr niederschmetternd. Dann sagt die dritte Feststellung, dass diese Pflicht zur Überwachung im Widerspruch zum vom EuGH grundrechtlich abgeleiteten Verbot der allgemeinen Überwachungspflicht steht. Dann kommt ein Verweis auf das Urteil dazu und dass damit die Überwachungspflicht Grundrechte der Dienstanbieter, aber eben auch der NutzerInnen verletzt. Und das, finde ich, ist sehr, sehr deutlich, sehr klar gemacht. Natürlich verletzt das Geschäftsinteressen der Plattform, das ist auch zu beachten, aber insbesondere natürlich Grundrechte, meine freie Meinungsäußerung, unter anderem der NutzerInnen. NutzerInnen und Nutzer, das ist das, wovor wir gewarnt haben. Und dieses Gutachten stellt das noch mal deutlich fest. Und es geht sogar noch weiter, sagt, eine europarechtskonforme Auslegung ist nicht möglich. Wenn ein Gesetz möglicherweise Grundrechte verletzt, gibt es immer die Möglichkeit, ein Gesetz so auszulegen. Also zu gucken, was könnte der Gesetzgeber gemeint haben, aber wie kriegt man das Ziel hin, ohne dass Grundrechte verletzt werden, ist nicht möglich, da die Auslegung nicht im Einklang mit dem Wortlaut des Artikels 17 stehen würde. Und bei der Auslegung ist der Wortlaut des Gesetzes immer die Grenze, weil das Gericht sich natürlich auch an den Willen des Gesetzgebers halten muss. Also wichtig, Lizenz einholen durch proaktive Maßnahmen muss man überprüfen. Das verstößt gegen die Grundrechte von Nutzern und Plattformen und man kann das Ganze auch nicht europarechtskonform auslegen, sodass Grundrechte nicht verletzt werden. Und der Gutachter sagt, pass auf, das Ganze ist europarechtswidrig. Das sind die ersten wichtigen Punkte. Und dann kommt im fünften Punkt, sollte Artikel 17 nicht als europarechtswidrig angesehen werden. Jetzt geht er also einen Schritt weiter und sagt, okay, ich bin der Überzeugung, nach meiner Prüfung ist das europarechtswidrig. Sollte das Gesetz zu dem Ergebnis kommen, nein, das ist doch okay. Dann muss der Artikel natürlich umgesetzt werden und dann sollten die folgenden Bedingungen eingehalten werden. Als allererstes sollten die Begriffe große Zahl und der Begriff organisiert konkretisiert werden. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, es sind nur Plattformen verpflichtet, die eine große Zahl von Inhalten zugänglich machen und diese auch organisieren. Und große Zahlen, das habe ich immer gesagt, kann man ganz unterschiedlich definieren. Das können 100 sein, das können 1000 sein, das können Millionenwerke sein. Da müssen die nationalen Gesetzgeber ran. Da droht dann übrigens aber auch eine große Gefahr, wenn Frankreich das zum Beispiel anders regelt als Italien. Die traurige Feststellung ist, dass ein Verbot von Upload-Filtern nicht möglich ist, weil das gegen den Wortlaut des Gesetzes verstoßen würde. Dann die nächste Feststellung ist, werden branchenübliche Standards ausgearbeitet. Das können die Mitgliedstaaten auch selber machen. Allerdings hat die Europäische Kommission das Recht, den Mitgliedstaaten Vorgaben zu machen. Also ganz so frei sind die Mitgliedstaaten an dieser Stelle dann nicht. Dann finde ich eine ganz spannende Überlegung, die Überlegung, dass zugunsten der Nutzerinnen und Nutzer ein Recht auf Schrankendurchsetzung gegen den Plattformbetreiber einzuführen ist, im Zweifel auch durch eine Verbandsklagebefugnis. Bedeutet, es soll das Recht für uns eingeräumt werden, wenn eine Plattform sich nicht an die nutzerschützenden Vorschriften hält, dass wir dagegen klagen können. Das finde ich eine ganz interessante Überlegung. Dann war ja noch mein Vorschlag unter anderem, dass man für User Generated Content eine Ausnahme einführt, dass man eine Bagatellgrenze einführt. Das ist ja auch die Überlegung der CDU damals gewesen. Kurze Sekunden oder sowas nehmen wir aus. Diese Möglichkeit, sagt der Gutachter, gibt es nicht. Das heißt, generelle Schranken wegen Bagatellgrenzen oder für User Generated Content können nicht eingeführt werden. Das ist natürlich dann sozusagen ein ganz, ganz großes No-Go an die Umsetzungsüberlegung, die die Union angestellt hat, mit der sie sozusagen vorgeschlagen hat, das Ganze europarechtskonform auszugestalten, ohne Uploadfilter. Das ist nach diesem Gutachten nicht möglich. Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, Verfahren zur Sicherung der Schrankendurchsetzung zwingend einzuführen, insbesondere die Möglichkeit für Nutzerinnen und Nutzer Inhalte zu kennzeichnen. Das ist ganz spannend. Es gibt das Recht für die Mitgliedstaaten, dass wir sozusagen als Nutzer gewisse Sachen flaggen können, um zu sagen, pass auf, das fällt unter eine Schranke und muss deswegen angezeigt bleiben, darf nicht verboten werden. Nutzer haften allerdings für missbräuchliches Flaggen. Also kommen nicht auf die Idee, alles zu flaggen und zu denken, damit wird es möglich, dass es erscheint. Führt dazu, dass ihr haftet. Das Problem ist, dass die Mitgliedstaaten durch die Richtlinie ja nicht alle das gleiche Verfahren anlegen, sondern unterschiedliche Verfahren ausgestalten können und diese kollidieren. Und das haben wir auch immer gesagt als Kritik, das wird nicht zu einer Vereinheitlichung des Rechtsrahmens führen, sondern wird zu einer Versplitterung führen. Und das bedeutet also in diesem Fall, dass die Dienstanbieter höchstwahrscheinlich Geoblocking werden einsetzen, also Content je nachdem zulassen, von wo man aus zugreift. Alles in allem, finde ich, ist das ein sehr interessantes Gutachten, das sich auch sehr deutlich liest und leider alle Befürchtungen, die ich, die Julia, die andere Gegner dieser Urheberrechtsreform hatten, bestätigt. Und ich sehe nach diesem Gutachten keine Möglichkeit, wie wir ohne Uploadfilter am Ende des Tages auskommen sollen. Ich bin gespannt, ob es andere Gutachter gibt, die sagen, naja, ist alles kein Problem. Wenn zwei Juristen in einem Raum sind, heißt es in der Regel, dass sie drei Meinungen haben. Dann will ich nur sagen, es kann natürlich jetzt sein, dass von anderen Seiten auch Gutachten hereinkommen, die sagen, dass es alles total dufte. Ich hoffe, diese Zusammenfassung hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Fragen habt zu Thüringen oder zu diesem Gutachten, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich hoffe, dass diese Art, wo es zum Sonntag für euch auch mal okay war, in der nächsten Woche dann wie gewohnt meinungsstark hier, dann sicherlich auch mit einem ausführlichen Statement nochmal zu Thüringen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und noch einen schönen Sonntag. Macht's gut, haut rein. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.